ja doch meine mama ist gekommen mutter und plastik schwanz hübsch hat sie wirklich mit was oha oha schadens von star um als akira wo kräftig rumgeschrieben wird ich glaube die typen im minecraft zu schlafen weil da hast du zwei minuten schlaf oder weniger sogar das ist gute nacht hinten mit meinem baum das zieht dort haben wir vorgestern eingepflanzt schön guck mal wie ich in den baum gerade händchen halten h ja also was macht man denn jetzt ich geh jetzt auf ich bin und er hat sich stutt b warte ich helfe und barb und er ist gestorben 3 zu zerstören ruft der welt ist jetzt okay los rechts wurde der linken ruf du den linken an So, ab in der Fight! Pfff, LOL! LOL! Was? Guck mal, wo ich bin! Warte, ich kann dir grad eigentlich helfen, what the fuck? Ahhhh! Lol, gut, dass ich das aufgenommen hab! Ja man, ich hab grad gesehen, wie du weggefasst bist! Ich bin grad ganz oben! Also in Ethik haben wir immer so in der Woche so eine Wochenshow. Habt ihr das auch? Eine Wochenshow? Ja, eine Wochenshow. Also da müssen wir immer... Irgendjemand muss in einer... Irgendwann geht, die wir haben, äh, ein Thema nehmen. Was zur Zeit so angesagt ist und dann müssen wir daraus, äh, eins, was berichten. Was ich dir nenne. Verkaufen, 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 ja? Und was ist damit? Dann war da so ein, so ein, so ein, so ein... Nee, also ich glaub das war vor drei Jahren, Alter. Und in Open School. Da war so ein Mädchen. Die wurde von so einem Typ, ähm, so, so halt, äh... Was? Kippappt? Ja? Und dann so, ähm, im Kofferraum so, halt erstmal festgerannt, ne? Ja? Und dann wurde die, glaub ich, äh, im Bus oder so hinten, also der war Busfahrer und dann, äh, im Nachgrund hatte er Schlüssel zu Büssen und so könnte er halt immer die Büsse aufmachen. Ja? Da hat er die da, äh, zwei Stunden dann gefickt. Okay. Also vergewaltigt. In dem Bus. Okay, ich vermute, dass erstmal keiner gesehen hat und dann... Eine aus deiner Klasse! Ein Splitt. Ein Splitt. Oh, ist okay. Okay, erzähl weiter. Ja, das war irgendwie nicht gerecht. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, äh, wollte sie halt schreien, aber, äh, ja, sie hatte halt eine Klebeband auf der Flesse. Boah, 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 boah. Ja, und dann, ähm, hey, da hat die Kürbisse. Echt? Ja. Nehm die mit. Ja, und dann hat er sie irgendwie im Kofferraum hinten 14 Mal mit einem Messer abgestochen. Ja, und dann hat sie noch gelebt. Also, der hat ihr das Klebeholz vom Mund weggemacht und dann hat sie noch geschrien. Aber der hat ja nicht gewusst, dass sie noch lebt nach so vielen Stichen. Und dann... Und dann hat sie halt noch geschrien und dann hat er ihr halt die Kehle aufgeschnitten. Alter, das ist nicht witzig. Ich find's sehr witzig. Nee, oder? Nee, die könnten mal irgendwo noch hinten pflanzen, aber wir müssen noch gucken morgen. Kein Bock, hab die gerade weggeschmissen. Alter. Ui! Ich glaub, der letzte Part oder keine Ahnung, welchen nennen wir einfach... Äh, what... Nee, what time musst du wegen diesem Mordgeschichten deins da lachen oder irgendwie so ähnlich. Du kannst auch bei uns mitmachen, weil ich hab doch schon einen Kanal... Also, nee, wo nur wir beide so zockt, so Minecraft und so einen Scheiß. Ey, so, nee, mach doch bei mir mit. Nee, ich will doch einen neuen, ja, unser Kanal ist ja fast neu. Nee, komm, wir machen so einen eigenen, wir messen schon so eine Mischung aus Semi und Doryum. Ja, das klingt wie so ein Name für die Teenage Mutten Ninja Turtles. Sayu, geht's dir okay? Nee, 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 nee Ja.